Hey Sammy, was machst du da? Antirassismusarbeit. Aber so geht es doch gar nicht. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Dies spielten wir im Kindergarten. Die Kinder warten auf der einen Seite, auf der anderen Seite der schwarze Wahnsinn. Ich warte wahnsinnig aufgeregt auf den Startschuss und dann jag ich die Beute, um den Kindern im Unterbewusstsein klarzumachen, der schwarze Mann ist der Teufel. So spielten wir damals und so spielen wir heute. Man sucht den verfluchten Attentäter und lässt er sich nicht finden? Tja, dann findet sich der schwarze Peter. Und so schreib ich gegen das Unrecht, doch ich finde keinen Anklang. Warum dürfen beim Schach die Weißen immer anfangen? Es wird so langsam und allmählich und erträglich und ausstehlich. Ich versuche es zu verstehen, doch ich verstehe es nicht. Und so stehe ich hier und sehne mich, nach der Freiheit endlich heimzukommen. So viele Spiele, die rassistisch sind. Das Leben, es ist eins davon. Weißt du, was cool wäre? Wenn es dazu ein Video geben würde. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020